Schlank ist in. Schlank werden heißt mehr Kalorien verbrauchen als zu essen. Eine Möglichkeit ist Sport, aber viele versuchen es auch mit Light. Unzählige fettreduzierte Produkte füllen die Verkaufsregale. Aber ist Light tatsächlich Light? Light heißt nicht, dass in einem Produkt automatisch weniger Kalorien enthalten sind. Es kann zum Beispiel der Fettanteil reduziert sein, dafür der Zuckeranteil gehoben, um den Geschmack zu erhalten. Das passiert zum Beispiel oft bei Fruchtjoghurts. Oft verführen Light Produkte dazu mehr zu essen. Die Kalorienersparnis ist aber gleich null. Die Alternative könnte selbstgemachtes Fruchtjoghurt sein oder ein Klassiker. Frische Bananenmilch. Ein echter Light Genuss für die Pause.